Hallo und Herzlich Willkommen zum Adventschatz Friday. Am Adventschatz Friday wollte ich so Adventschatz Spiele spielen wie zum Beispiel Heroes of the Storm, DC Universe Online oder World of Warcraft. Ich werde das doch alles in mein Profil reinschreiben was für spiele ich das spiele werde wenn ihr dann noch andere spiele sehen wollt könnt ihr ja alles vorschlagen ich bin ja frei für alle spiele ich bin ja offen für alle spiele außer wenn seit ab 18 jahren sind das wäre nicht so gut also nicht dass ich jünger wie 18 jahre alt bin aber dann müsste ich das verschlüsseln weil das dürfte man nur anschauen wenn man 18 ist das sage ich auch mit 16 jährige mit spiel ab 16 ich glaube schon ist das spiel hier ab 16 nein ab 12 gut ja ich habe das schon in ähnlichkeit nicht mehr gespielt ich würde mal sagen wir gehen da gleich ins spiel rein suchen wir mal ein spiel training gegen KI ich mache mal gegen KI wie gesagt ich habe schon lange nicht mehr gespielt da stelle ich das mal auf anfangen aber war ja damals schon easy gewesen gehe ich mal auf recruit es gibt neue charaktere hat man ja gerade schon am bild gesehen also man sieht auch meine leute hier sind noch nicht alle sehr weit gelevelt der ist noch 1 der auch der auch der level 3 der level 1 aber wer ist neu hier sind bestimmt ein paar neue dabei können jetzt alle durchklicken was ich gerade auch schon machen wir mal ach so um kräftig so auch hier ne war das hier ne jo genau eine neue kräfte absolviere drei spiele mit sozialitäten und stark macht also ich will jetzt so ein starcrop spieler nehmen starcrop das ist der jahr habe ich den nennen 2er und den nennen 2er fernkämpfer 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 achtes assistin was ist immer das genau was sie ziehen was sie ziehen und spezialist dann würde ich sagen über den jahr so man geht jetzt gleich los warte mal wie war das ich brauchte glaube ich die tasten 1 bis 5 waren und die maus zum steuern ach muss der punkt spiel gleich mit leuten spiele mit hoffen das zählt auch go go mensch die warten alle nur auf mich so los ok hier ich nehme jetzt einfach mal was ich schaue jetzt nicht nach was ich nehmen muss weil ich nur den guter so 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 hier oben ist ein bock so wie immer kenne ich die klinik auch gar nicht die runde der kampf beginnt in zehn sekunden den am besten laufen der kampf beginnt in zehn sekunden 2 Wollen wir hier mit dem Tier? Wollen wir hier mit dem Tier? Ach! Das Wechsel, da wären wir dabei! Ach ja! Ach, das war cool! Ach, das war cool! Weh, das war cool! Ach, das war cool! Ja! Ich hab ne Krill! Mein Ziel ist auf mir nicht! Da ist ein Herz! Einsam! Ah! Doch, nicht! Ok! 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 Schnell die Türchen zerstören! Schnell die Türchen zerstören! Ei, ei, ei! Ähm, heilen gab's noch hier irgendwo so einen Brunnen da lassen! Genau der hier! Schnell Auflagen! Achso! Muss man nur einmal anklicken! Gut! Und deutlich! Wähle ein Talent! Warte! Was auch immer das ist! Oh! Dann meine Damen jetzt! Oh! Ja! Sie war seine Diener in Sklar! Nur nicht aufhören! Endlich! Die alte Ere sind bereit! Nehmt sie ein! Und zwar schnell! Ah, die Leute sind hier jetzt auch schon da? Ich hab nur halbes Leben. Ich glaub nicht, dass es das Schatten gibt. Ne, Schatten. Ja, jetzt gleich. Soll ich dir mal eins. Kannst du die Leidung. Ich muss mich erst mal zurückorten, genau. Ach, da sitzt es automatisch schon auf dem Pferd. Bestätigt. Heiler sind ganz alleine. Egal. Egal. Komm, machen wir sie hier. Oh, nein, nein, nein. Hält mir ab. Wie dein Talent frei. Dann durch das Spiel Orcs. Oh, die brechen irgendwie durch. Durch das Spiel Orcs must die. Hatte ich irgendwie ein bisschen missglaubt. So auch. Links auf Legends. Und. Das ist ja so ähnlich wie Links auf Legends. Und das spricht das Spiel. Ich habe keine Mana mehr. Ja, dann gibt es das Spiel. Ach, was passiert hier? Ja *** Es kann mir die Faust auf mich ausrechnen. Blue Raust ok. ok ob das klingt nicht weil sowas sind wir ja noch gar nicht ich will jetzt hier probieren die ganzen Leute zu holen aber schlimm, da kommt es mittlerweile sofort hin zu kommen da kann man ja normalerweise gar nicht sterben wenn man noch zum Schleimern dabei hat und jetzt gibt's auch früchen und zu gehen Fimchen haben sie schon zerstört äh ne, das ist nicht stark die Boss haben noch keinen Lust da gibt's auch noch ach genau, die ist neu ok Grayzone kann ich auch mal was rein ich bin schon dabei davon kann ich nie genug kriegen ich muss mich erstmal zurückziehen sooo dann reichen wir jetzt nicht hier ich hab mich getötet ich hab mich getötet ach ne mal einen Schluck nehmen soo und weiter geht's Flasche leer ja also mein Trinken nicht ich ich vielleicht auch sooo dann machen wir mal da und das und das und das und das ist ein Pär ja hier auf rein gut gemacht wir haben da hinten das oder so ich habe mich gerade nur darauf konzentriert den zu erledigen und gleich ich spiele jetzt schon auf leicht und was mache ich also nicht auf sehr leicht nur auf leicht ich sage mal Anfänger ist sehr leicht das hier auf leicht aber ich brauche nur scheiße die sind schon durch das auf meiner Lande das auf meiner Lande so, das geht zu ihm weiter weil es gegnerische trümpchen Ah, wir haben ihn noch voll erwischt. Was hat das so bedeuten? Weiß es nicht. Gut, ich hab jetzt zwei solche Schuhe hier. Immer noch zurück zu hier. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt war schon irgendwie los. Erstmal den Turm hier zu verstören. Wir sind weg hier. Lili, komm, das machst du. Wunderbar. Shane. Lili, heilig. Boah. Ich hab mich hier schon gezieht. Oh, Lili hat mich gehalten. Dieses Reich gehört mir, Totengräber. Lässt uns sehen, ob ihr diesmal werfen. Genau, heilig. Dieses Reich gehört mir, Totengräber. Oh, Perfekt. So. Der Turm ist jetzt auf meiner Seite. Ach man, wenn du mal zufällig Kühlchen getauscht. So. Ich habe bei unserer Aspeter-Belle einen Tunnel geöffnet, der zur Mitte des Schlachtels führt. Not. So. 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 die ok und da was eine erscheinung würden den schaffst du Mach ihn auch rein. Oh. Oh, die ist auch da. Schöne. da haben wir die auch schon mal weg geschnappt jetzt müssen wir mal schauen was ist das hier für ein Tunnel aus immer jetzt musste ich mir auch alleine schaffen naja ich war ja auch gerade ein bisschen angeschlagen ich muss mal schauen was ich das nicht geschafft habe sind alle auf der Unternehmung mhm ne kann doch nicht wahr sein ja ja ich kann es nicht laufen das Spiel dauert doch länger als ich dachte 16 Minuten die alte ähre werden bald sichtbar werden ok wir sind bei denen sind 3 tot bei uns ist nur einer tot wenn sie schnell einnehmen dann nehme ich erst den ein ach egal ach so können wir noch nicht einnehmen nur jetzt nicht die die aber dass sie komplett blau passiert ein Der Gegner hat eine Festung zerstört. Herr, das gefällt mir. Steht wieder Pia Pia. Ach. Oh. Wir können hier schon durch. Oh. Ist ja wieder alles da. Yeah. Von denen sind alle tot. Das heißt, jetzt eigentlich schnell durchwaschen. Aber... Schau mal. Was soll man denn da durchkommen? Ach so ging das. Man muss da gar nicht durch. Super. Ich die ganze Zeit dann überlegen, wie kommt man da vorbei. Ich schiebe sie alle wieder kaputt. Na gut. Jetzt weiß ich mehr. Ja. Ich werde jetzt durch die anderen beiden Runden zu Ende spielen. Dann haben wir jetzt ein bisschen Goldfliege. Okay. Ich habe ja 6100 mit so Gold. Kann auch noch was machen. Ich glaube nicht. Ich war auf Platz 1. 13 Kills habe ich. Also ich war anscheinend der Beste. Okay. Gut. Das war die Runde. Ich gehe jetzt aus der Storm. Und... Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder seid. Bis dahin wird euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.